Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ist? Heute zeige ich euch ein Spiel, das eigentlich erst heute Abend auf Steam erscheint oder im Laufe des Abends. Je nachdem wann das Video online kommt, werdet ihr also vor oder nach dem Release entscheiden können, ob das was vielleicht für euch ist. Das Ganze nennt sich Gamers Go Makers und ist ein Spiel so ähnlich wie Game Dev Tycoon von, ja, was ich auch noch einmal zeigen wollte. Oder von Kairo Soft auf dem Handy, was ich in Kürze in meinem Mobile Kanal zeigen werde. Game Dev Studio, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, bleibt da dran. Viel Spaß. Und wir beginnen direkt mit einem neuen Spiel, den kann ich euch am besten zeigen. Die Firma nennen wir mal Gardagames. Und der Spieler ist natürlich Garderol. Wir spielen als männlicher Spieler selbstverständlich auf dem Spielstand im Jahr 1980, starten wir einfach mal, würde ich sagen. Wir können dann hier auch noch so ein bisschen uns kustomisieren. Ja, also hier einmal hier den Dr. Nicholas Rush raushängen lassen. Ne, der hat grüne Ärmel, ne? Grüne Ärmel, grüne Ärmel, grüne Ärmel. Ja, ihr seht auch schon, das Ganze ist jetzt nicht die AAA, EA, keine Ahnung was Produktion. Das hier ist ein kleines, liebevolles Ding, das ja irgendwie so ein bisschen auch mein Herzchen erobert hat. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das. Und der liebe, gute MS Heini, grüße, moin moin, hat mir irgendwie, ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, wieso und warum. Aber er hat mir halt ein Key, der hat gedrückt und sagte, guck mal, sieht geil aus, guck das mal an. Habe ich gemacht und deswegen zeige ich es euch. So. Aber nicht in irgendeiner Weise affiliated mit UIG. Ich wollte gerade sagen, keine Sorge, was wäre gemein, ne? Also, Heini, war nicht so gemeint. So, Gameplay, Game Engine, Graphics, Sounds, Game Writing, Content Design, Devil Design und so weiter. Kann man hier so ein bisschen einstellen, was meine Stärken sind. Ich nehme direkt mal meine persönlichen Stärken. Meine persönlichen Stärken als Game Designer ist natürlich Gameplay. Meine persönliche Stärke ist Game Writing. Und meine persönliche Stärke ist Content Design. Also ihr könnt drei Stärken auswählen. Und dann suchen wir für meine Firma GADA Games natürlich einen Standort. Der ist selbstverständlich in Deutschland. Und da geht es auch schon los. Wir sind hier in unserem kleinen Spielestudio. Halten jetzt erstmal die Zeit an. Genau, wir halten die Zeit an, mit was man eben zeigen kann. Wir können hier uns den aktuellen Game Market ansehen. Da ist natürlich noch nichts drin. Hier sehen wir unsere Spiele, die wir bisher released haben. Hier sehen wir die Anteile der jeweiligen Spielekonsolen am Markt. Und können uns hier die Weltkarte mit unseren Competititors angucken. Ja, aber hauptsächlich findet, dass es hier vorne statt. Wie bei allen anderen Spielen dieser Art auch. Nämlich wir klicken auf das Männchen und sagen, starten ein neues Projekt. Wir wollen das Tutorial nicht mehr sehen, weil das nervt nämlich. So. Und dann sehen wir hier. There is a strong trend for baseball games coming up. Es gibt also einen starken Trend nach Baseballspielen. Da schauen wir mal, ob wir die schon bauen können. Das müsste dann sein, eine Simulation. Und zwar Sport. Und dann nehmen wir das Ganze mal Garda Baseball 81. Ja. Dann können wir hier natürlich eine der Plattformen aussuchen, auf der wir den Spiegel erscheinen lassen wollen. Bietet sich an Atapi 2600, Commodore VZ 20, der Pier 2 oder der Sinclair ZZ 81. Allein die Namen, das ist schon wieder Gold wert. Wir nehmen natürlich das Gerät mit dem größten Market Share. Dafür müssen wir allerdings 50.000 zahlen. Deswegen nehmen wir die Commodore VZ 20. Also Garda Baseball 81 soll ein Spiel mit Basic Sound sein und Text basierend. Das heißt, wir werden jetzt ein Baseball-Game machen, das ist auf Text basiert. Ja, toll. Okay. So. Dann sehen wir hier. Wir können sechs Punkte vergeben in Sachen, die wir finden, die für so ein Baseball-Spiel wichtig sind. Ja, was ist da wichtig? Gameplay ist eigentlich relativ wichtig. Die Engine, naja, die Grafik beim Text basierten Spiel, ich weiß ja nicht. Sound könnte wichtig sein. Game Writing, not so much, weil was soll man im Sportspiel mit einer Story? Content Design, Level Design vielleicht noch. Ja, und was nehmen wir dann? Gameplay, Sounds, Grafik vielleicht, Sound, wenn die Zuschauer jubeln, ist ja auch nicht schlecht. Content und Level Design, ach, ich weiß nicht. Machen wir mal so, ja. So. Können wir also hier festlegen. Und dann starten wir die Entwicklung. So, das sieht man jetzt hier, wie bei den anderen Spielen, die so ähnlich sind auch. Hier oben einen kleinen Pac-Man-Opfer. Wie heißen denn die Dinger eigentlich? Pac-Man ist der, der die aufsammelt. Und wie heißen die Opfer von dem? Ich weiß nicht. Wir wollen das Ganze rausspringen. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Wenn wir das in Deutschland, wo unser Spielstuhl sitzt, rausbringen wollen, kostet das 4.500 Übersetzungskosten. Finde ich ein bisschen Quatsch. Wenn wir es in allen Ländern rausbringen wollen, 43.000. Das machen wir aber nicht. Also wir wollen es in den USA und in Deutschland rausbringen. So. Ein Baseballspiel hat so ein bisschen Gewalt. Hat er weniger Explicit Language und hat also, ja, wenn die Kameras jetzt nicht in die Kalbinen reingehen, dann hat das eigentlich gar keinen Sexual Content. Wir können für das Baseballspiel längst eine Story entwickeln. Das ist natürlich, äh, ja. Würde man auf den ersten Blick meinen, das ist natürlich Quatsch. Aber mit Story ist hier eigentlich gemeint, in welche Ausrichtung geht das Spiel. Und da sehen wir schon, ne? Baseball Games Coming Up. Also Baseball. Können wir hier noch festlegen, wie viel wir in diese Story investieren wollen oder in die Ausrichtung. Sagen wir mal 10.000, damit es in die Richtung geht. Und jetzt sieht man hier, wie er an dem Spiel entwickelt. Beziehungsweise nicht er, sondern ich. So, während das jetzt läuft, äh, können wir hier schon mal sehen, dass der eine oder andere Entwickler hier schon die ersten Spiele auf dem Markt hat. Hier zum Beispiel auf der Plattform Atapi gibt's Strategic Victory. 25 Spiele sind auf dem Markt. Die meisten übrigens noch ohne Publisher. Also damals gab's das offenbar noch nicht so, wie es es heute gibt. Oder halt die ersten Spielefirmen sind halt später zu Publishern geworden. Äh, siehe Sega oder siehe Sony. Ne, Sony war ja... Sony übrigens gibt's eine lustige Geschichte. Das erste Produkt, was Sony jemals gebaut hat. Ähm, das erste Produkt, was Sony jemals gebaut hat, war in der Tat ein, Achtung, festhalten, ein Reiskocher. Ja. Äh, von dem Teil haben die allerdings nicht ganz so viel verkauft, weil der Reis, den er da reingepackt hat, der war hinterher nur verbrannt. Und irgendwie hat das Ding sich zweimal verkauft oder so. Ob das ein Urban Legend ist oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halte ich die Geschichte durchaus für möglich. Ja, so. Äh, 70%, 71%. Wir können übrigens hier mit dem Rechtsklick die Zeit beschleunigen. Oder langsam, was sind das jetzt hier? Keine Ahnung. So. Dann sehen wir hier, wir können ein Case designen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können die Schriftfarbe hier oben wählen. Wir können... Äh, hier das Muster wählen. Oder wir können hier mit Zauberstab... ...das automatisch machen lassen. Ich bin nur gerade irritiert. Ich hoffe, ja, dass ein Baseball dabei ist. Aber wenn nicht, dann müssen wir halt... ...ja, W.O.W., ne? Klar. Nennen wir mal das hier. Baseball Grün. Erinnert mich so ein bisschen an das von früher Anstoß und so. Das sieht doch hochwertig aus, oder? Diese Schachtel kostet uns 4 Dollar. Los geht's. Ja, ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr... ...wie soll ich es nennen? Ich würde sagen, ähm... ...liebevoll. Das glaube ich am besten. Sehr liebevoll gestaltet. Und da sehen wir. Extra Experience. You have gained extra experience from your last project. Well done. Go ahead and select a skill you would like to boost. Ähm... Ich glaube, dass ich das in der Vergangenheit, als ich das reingespielt habe, immer falsch gemacht habe. Denn jetzt sehe ich hier, wir müssen erstmal was auswählen. Äh... Ich würde sagen, Game Engine... ...nehmen wir hier als Boost-Skill. Ja. Und... ...ja, entwickeln unser erstes Sportspiel. Außerdem kommt jetzt ein neuer Trend. Artillery Games. Im Bereich der Strategiespiele. So. Wir behalten dem... Das Spiel soll weiterhin Garda Baseball 81 heißen. Äh... Der durchstehende Marktpreis für ein Simulations-Sportspiel ist 15 Dollar. Ja. Wir sind natürlich jetzt, äh... Ich sagen wir mal... ...davon überzeugt, dass das Spiel sehr gut wird. Deswegen setzen wir den Preis mal statt auf 15 auf 19 Dollar. Und jetzt geht es in den Verkauf. Und da kommt das... ...wichtigste in diesem Spiel. Das sind die Reviews. Ich persönlich finde allerdings, dass diese Reviews sehr... ...sehr... ...sehr... ...hart sind. Sehr, sehr hart. Und was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt. Da kommt eine Musik, wo ich wahrscheinlich drüber sprechen muss. Doch nicht. So, ihr seht jetzt. Äh... Wir haben in einem Bereich einen Punkt zu wenig ausgewählt bei diesem Schieberegler, ja. Als Resultat davon... ...und das ist hier... ...the graphics are not pretty. Als Resultat davon bekommen wir nur 4 von 10 Punkten bei Grafik. Ansonsten 7,5, 9 von 10, 8 von 10, 8 von 10, 8,5 von 10 und 8,5 von 10. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, 57 Prozent, wird jetzt aber, das kann ich euch schon mal sagen, nicht der Renner sein. Und hier sehen wir jetzt, wie viele von diesen Produkten wir verkaufen. Hier oben sehen wir, wie lange das noch läuft und während wir darauf warten, dass diese Verkaufszahlen reinkommen, können wir unseren Charakter hier unten trainieren. Wir könnten ein neues Projekt starten, wir können Forschung machen und wir forschen jetzt einfach mal Audio und das Ganze als Mono-Sound. Also ein bisschen lang hatten wir ja, äh, äh, was sind das dann? Äh, Chip-Tunes. Und jetzt können wir Mono-Sound erforschen, machen wir mal. Und dann fängt er hier an, ordentlich vor sich hin zu rödeln. Ja, und da heißt es schon, seems that you have... Seems that you have got your first fans. Exciting, isn't it? Yes, indeed, it is. Und wir haben Mono-Sound entwickelt und wir könnten jetzt ein neues Projekt starten. Allerdings möchte ich jetzt erstmal wissen, wie verkauft sich das? 2.800 Einheiten, wenn man es jetzt verkauft, das ist nicht ganz so gut. Aber es sieht so aus, als können wir damit zumindest unsere Kosten decken. Kosten decken, ja immer ganz wichtig. Denn irgendwann wollen wir natürlich, und das geht in diesem Spiel auch, in ein größeres Studio ziehen, mehr Mitarbeiter, äh, ranziehen und, äh, so weiter und so fort. Wie gesagt, das Ganze Game, Gamers, Go-Makers, werde ich euch auch einen Link in die Beschreibung packen, wo ihr das dann bestellen könnt, ja. Kostet einen schmalen Euro. Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ich hab, äh, dummerweise, ja. Ich war, ich bin aber wieder total unvorbereitet hier. Hehe. Äh, wir sind jetzt hier noch ein paar Tage, ist das Spiel auf dem Markt. Warum warte ich jetzt? Ich warte jetzt drauf, weil ich, ähm, die Reviews, äh, die Einstufung euch zeigen will, bevor wir das nächste Spiel entwickeln. Denn basierend auf diesen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, können wir eventuell, äh, in eine bessere Ausrichtung gehen mit dem ganzen Spiel. Wie sich das Spiel auf dem Markt macht, sehen wir hier. Und da seht ihr hier, Garda Baseball 81, Sportsimulation 4.900 verkauft. Ihr seht aber auch hier oben das Atapi-Spiel Strategy War. Das liegt genau im Trend. 1,6 Millionen verkaufte Units. Ja, davon kann ich nur träumen. Aber dieser Trend, seht ihr hier oben auch gerade, ist wieder am Aussterben. So, das Spiel ist jetzt vom Markt. Ich habe 4.600 Units verkauft. Ein Profit von 69.000 Dollar gemacht. Ähm, aber es hätte noch besser sein können. Und hier sehen wir jetzt eine Bewertung. In Deutschland zum Beispiel, das finde ich jetzt interessant. Bei der Gewalt sagen in Deutschland nur 10%, nur 7%, sie hätten gerne mehr Gewalt gesehen. Bei den Amerikanern sagen statt, also bei in Deutschland 7% hätten gerne mehr Gewalt gesehen. Sagen bei den Amerikanern 25%, sie hätten gerne mehr Gewalt gesehen. Natürlich. In den USA, klar, Schusswaffen hat jeder. Ja, auf der Straße Leute verprügeln und nicht in die Gesundheitskasse zahlen, ist in Ordnung. Aber Nippel im Fernsehen und Kinderüberraschung geht nicht. Naja. So. Ähm, Explicit Language hier dasselbe. Also die Amis, die haben da, wie gesagt, wie immer eine in der Waffel. Allerdings, wir sehen hier in Deutschland, perfekt, ja. Sehr, sehr viele gute Anteile haben wir gut verteilt. So. Basierend auf diesen Erfahrungen können wir jetzt ein neues Projekt starten. Und das trifft sich gut. Wir haben jetzt schon die Erfahrung in Sportspielen. Ähm. Und ich nehme an, dass hier mit Formula Games, oder bin ich jetzt verwirrt? Baseball Games have died out. Formula Games. Soll das Formel 1 sein oder soll das was anderes sein? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, machen wir mal Simulation und dann sind wir hier, in dem Genre Sportsimulation haben wir bereits einen Punkt. Und wir nennen das nächste Projekt mal großkotzig, nennen wir das mal GA Sports. It's in the game. So. Was auch immer das wird, ich weiß es noch nicht. So. Und dann gehen wir mal hier auf, welche Plattform nehmen wir denn? Hier haben wir schon Erfahrung drin. Also nehmen wir wieder den V200 und los geht's. Das Ganze wieder Monosound, Textbasiert. Monosound ist jetzt entwickelt. Das heißt, den können wir jetzt verwenden. Und ja, dann können wir wieder hier bei Baseball. Haben wir gesehen, die Grafik war nicht so gut bewertet. Deswegen nehmen wir da jetzt noch einen Punkt drauf. Das hier, wir können hier die Punkte, die wir am letzten Mal genommen haben, alle nehmen. Und nehmen jetzt hier mal einen Punkt mehr in Grafik. Wir haben ja aus der letzten Bewertung gelernt. So. Und schon beginnt die Entwicklung. Das Ganze hier wollen wir wieder in Deutschland und in den USA verkaufen. Das Ganze hier, den Quatsch brauchen wir alles nicht. Ja, und jetzt kann ich euch, während wir wieder warten, noch so ein bisschen erzählen, was hier noch so kommt. Also natürlich, wir bauen das Büro aus. Kriegen bessere Mitarbeiter. Wir kriegen, wir können das, ja, wie gesagt, neue Bürogebäude mieten. Das kennt ihr ja schon aus ähnlichen Spielen. Es werden neue Trends erscheinen. Es werden neue Computer entwickelt. Das seht ihr die ganze Zeit hier auch hier, dass da neue Geräte entwickelt werden. Für die brauchen wir wieder Lizenzen. Wir entwickeln unsere Technologie ständig weiter. Ja, wir können Mitarbeiter dann einstellen, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, ich habe vergessen, im Story-Design was Punkte zu vergeben, oder? Ich glaube, ja. Hm, das ist blöd. Das ist blöd. Mal gucken, ob wir das nachholen können. Aber wir haben schon mal 14 Fans. Immerhin. Yay. Also manche Menüpunkte hier muss man unheimlich aufpassen, dass man da nichts über sieht. So, hier zwei Punkte, zwei Punkte, zwei. Wir werden also immer stärker auch in den Sachen, wo wir uns spezialisiert haben. So, jetzt haben wir GA Sports hier. There is currently no significant trend for simulation sport games. Und wir verkaufen dann das nächste Spiel. Und jetzt kommt die Review. Ihr erinnert euch, wenn wir im letzten Spiel bei der Grafik Abzüge in der B-Note bekommen. Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Etwas besser. Aber, und die Wertung. 5 von 4, 7, 78 Prozent. Immer noch zu schwach in der Grafik. Immer noch zu schwach. Wir können also bei Gameplay was wegnehmen, bei Grafik hin. Und jetzt verkauft sich das Spiel. Und es verkauft sich eigentlich, muss ich ja sagen, ganz okay. Jetzt kann ich mir mal gucken, haben wir denn im Jahr auch Gewinn gemacht? Ja. Wir haben 27.000 Gewinn gemacht. Dann können wir uns hier den Cashflow angucken. Aber das ist alles schon ganz in Ordnung gemacht. Das ist relativ komplex. Und wir können jetzt mal wieder hier trainieren. So, jetzt trainieren wir zum Beispiel mal Programming for Dummies. Warum nicht? So, der ist jetzt hier fleißig am Lernen. Und ist fertig. Und damit haben wir jetzt unsere Skills hier. Gameplay, Sound überall so ein bisschen. Aber hauptsächlich Grafik und Sound haben wir verbessert. So, nächstes Training. Gamedesign können wir schon ganz gut. Deswegen machen wir mal Advanced Programming for Advanced Dummies. Natürlich. Schauen wir mal, was da mal rumkommt. Also wenn man was Vernünftiges entwickelt haben will, muss man halt einfach einen guten Programmierer kennen. Oder selber machen, nicht? So, was können wir noch trainieren? Gamedesign. Natürlich trainieren wir das auch noch, weil wir kriegen gerade ganz gut Geld rein. Ich würde sagen, dann machen wir noch ein weiteres Spiel, damit ihr noch so ein bisschen hier in den Flow reinkommt. Und wir können auch researchen. Zum Beispiel die Artificial Intelligence. Damit erforschen wir... Ja, das Marketing ist jetzt verfügbar. Damit erforschen wir die künstliche Spielintelligenz, die, ja, bei einem 2D-Text, ne, beim textbasierten Rundenspiel natürlich noch nicht so ganz vorhanden ist. Jetzt erforschen wir noch die Videografik, die Vektorgrafik, so viel mehr. Das ging relativ fix. Und dann schauen wir, ob wir noch was erforschen können, können wir nicht. Das heißt, wir starten ein neues Projekt. Jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt kommt hier ein Trend für Medizinspiele. Hm. Wir wissen allerdings, dass wir stark in Sportspielen sind. Jetzt können wir überlegen. Gehen wir auf Risiko? Oder bleiben wir bei Sport? Wir haben hier die Stärke. Deswegen versuchen wir es nochmal mit dem Sportspiel. Und das nennen wir jetzt GA Sports. XL. Ob wir das jetzt auf eine neue Plattform bringen oder nicht, würde ich sagen im Moment noch nein. Weil derzeit kostet das 0 Euro und 28% Share für den Commodore VZ2. Ist immer noch ganz gut. VZ202. So. Hier können wir jetzt auswählen. Monosound. Hm. Haben wir ja schon entwickelt. Künstliche Intelligenz für so ein Sportspiel ist nicht schlecht, ne. Wenn die Gegner so ein bisschen intelligent sind. Why not? Vektorgrafik ist sicherlich auch besser für einen Sportspieler als textbasiert. Wobei ich sagen muss, Bundesliga-Manager habe ich auch gespielt und ich liebe eigentlich oder ich habe eigentlich geliebt diesen Modus, wo dann die Tore in der Schrift angezeigt werden, wie in so einem Ticker halt. So. Grafik haben wir letztes Mal immer noch ein paar aufs Maul gekriegt. Jetzt können wir noch einen weiteren Grafikpunkt dazunehmen. Obwohl wir 78% Bewertung gekommen haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist wieder hier unser Ding am Arbeiten. Und jetzt müssen wir wieder dran denken. Hier Story-Based. Das haben wir letztes Mal vergessen. Wir wollen das auch in Deutschland rausbringen. Wir brauchen weniger Gewalt. Obwohl die Amis wollen ein bisschen mehr Gewalt. Komma, ein bisschen mehr Gewalt. Aber Explicit Language wollte keiner haben. Sexual Content auch nicht. So. Haben wir hier einen Trend zu einem bestimmten Genre? Dann schauen wir mal. Was können wir hier nehmen? Baseball, Future, Riding, Tennis, Robots, Basketball, Cartoon, Sci-Fi, Football, Formula. Ja. Das Problem ist, der Formula-Trend ist dummerweise verlaufen. Jetzt können wir sagen, wir haben ja schon ein erfolgreiches Baseball-Game. Wir setzen noch mal darauf, was wir können. Da werden wir mal ein bisschen Geld reinstecken hier. Und ja, weiter geht's. Das habe ich aber letztes Mal nicht vergessen. So. Die Programmierung ist abgeschlossen. Ne, der Verkauf ist abgeschlossen. So. GA Sports is off the market now. Ich habe 4.800 Spiele verkauft und einen Profit von 73.000 gemacht. Damit können wir leben. Die USA wünschen sich natürlich wieder mehr Gewalt. Und seht ihr das? Die Deutschen natürlich nicht, wie sich das gehört. Jetzt haben wir wieder Entwicklungsflaute hier. Wir können derzeit mal gucken, wie unsere Spiele in diesem Jahr, haben wir noch keins rausgebracht, wie unser Spiel im letzten Jahr performt haben. Und da sehen wir GA Sports. Also unser, was war denn das hier? Ein Gala Games irgendwas Spiel. Hat 4.000. Also hier geht's um die Bewertung. Wir können's aber auch hier sortieren nach anderen Faktoren. Ähm, da kommt auch immer noch mehr. Was ich halt schade finde, ist, dass man hier nach Units nicht sortieren kann. Ähm, ja. Aber wenn ihr den Entwickler unterstützt, wenn ihr zum Beispiel das Spiel kauft, könnt ihr mir vorstellen, dass da noch mehr kommt. Und erspannen bitte Kommentare, wie, äh, das ist ja genau so, das und das und das. Das ist ja nachgemacht von dem und dem. Das habe ich ja immer schon mal gesagt beim, äh, Landwirtschaftssimulator. Ich meine, wenn wir mal einen Landwirtschaftssimulator machen, ohne Kühe, ohne Traktoren und ohne Landwirtschaft, das wird ein bisschen schwierig. Genauso ist es hier, ne? Wenn man Spielestudio machen will, äh, dann ist es meistens, geht's in einem Spielestudio-Spiel um ein Spielestudio. So. GA Sports XL bekommt ein, äh, schönes Fußball-Logo. Wo ist es? Hallo. Da ist es. Und, äh, nochmal der Hinweis, ich werde dann in Kürze in Garderole Mobile, in meinem neuen Kanal, werde ich euch dann das entsprechende Spiel von KaiSofts vorstellen. Auch ein kleines, äh, Suchtspiel. Das geht auch in die Richtung. Also, wenn euch das hier gefällt, solltet ihr euch das auch mal anschauen. So. Das Spiel erscheint. Und hier seht ihr jetzt, wir können jetzt Werbung dafür schalten. 2.000 Dollar kostet das. Und der Preis von 19 Dollar ist vermutlich angemessen. Los geht's. Und ihr erinnert euch, jetzt haben wir die Grafik verbessert. Jetzt muss es eigentlich hinhauen. Jetzt muss es der Mega-Hit werden. Es heißt doch auch schon XL. Und wir gucken mal auf Review. Wir haben die AI vergessen. Seht ihr das? Seht ihr das? Stone-Dump-AI, sagt Ned Stark. Auch die Namen sind lustig. Zum Beispiel Lionheart habe ich schon gesehen. Für Heinrich Lehnhardt. Äh, 2,5. Liebens, Grüße, lieber Heini, falls du irgendwann mal dieses Video sehen solltest. Ich mag dich. So, 2,5 von 10. Also wir haben die AI entwickelt und haben vergessen, ihn ins Spiel einzubauen. So ungefähr kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Das gibt ein Rohrkrepierer. Herzlichen Glückwunsch, Herr Rohl. Dafür trainieren wir mal fix. Und zwar Introduction to Game Development trainieren wir. Und ihr seht, die Verkäufe sind höchst schleppend. Wir trainieren weiter. Und zwar Design and Development. There's a light trend for UFO Games upcoming. Wir warten jetzt mal den nächsten Trend ab. Sobald er da ist, entwickeln wir ein neues Spiel. Wir können ein bisschen forschen. Und zwar Das User Interface können wir erforschen. Ich lasse das aber jetzt mal. Wir schauen erst mal, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Und ob da eventuell noch ein Trend reinkommt. Da würde ich sagen, wir machen nur noch ein Spiel. Und dann haben wir erst mal so ein bisschen was vom Spiel gesehen. Ob ich hier von vielleicht ein Let's Play mache. Oder von dem anderen. Vom GameDev Tycoon oder so. Mal schauen. Aber ich fand das einfach Ja. Mal wieder ein schönes Spiel aus dieser Reihe. Aber ihr seht schon. Das ist natürlich sehr, sehr simpel gehalten. Dennoch freue ich mich immer, wenn Ach, ich freue mich immer, wenn Wie soll ich sagen? Oh Gott. Wir haben nur 921 davon verkauft. Äh, äh, äh Bum, dum, dum So. Die Game Engine erforschen wir mal. Und wir warten auf den nächsten Trend. Ja, was ich sagen wollte. Ähm, das Problem, was, äh, ich bei diesem Spielen dann habe, ist natürlich, wie soll ich euch vermitteln, dass ich es cool finde, dass so ein Mann Programmierer sich einfach hinsetzt, mal so ein cooles Spiel hier machen. Und ich dann auch finde, dass ihr euch das kaufen solltet, obwohl das eigentlich gemessen an anderen Spielen nicht so gut ist. Muss man ganz klar sagen, ja. Ich, äh, weiß jetzt, wie gesagt, nie auswendig, was es kostet. Aber wenn es nur ein paar Euro kostet, ich packe euch einen Link, wie gesagt, in die Beschreibung. Ich weiß nicht, dann, ja. Solltet ihr eigentlich auch mal das eine oder andere kleine Entwicklerstudio unterstützen, fände ich recht, ich töfte. Ufo Games Trend. Nein. Died out, died out. Können wir mal einen neuen Trend bekommen. Ah, Simulation Games. Ah, stopp. Stopp. There is a light trend. There is a strong trend for Simulation Sport Games. Ha, und wer kann das? Na, wir. Simulation. Sport. So, und das Ganze nennen wir jetzt. Garda Sports 83. Wow. Und bringen das raus, auf welcher Plattform? Ähm. Ja, immer noch auf dem Commodore. Wir bringen alles rein, was wir entwickelt haben. Wir setzen die ganzen Dinge, die wir hier dazubekommen haben, neu ein. Wir setzen das hier zurück. Wir setzen das hier hoch, weil AI muss das Ding haben. Das muss das Ding auch haben. Und Level Design ist nicht so ganz so wichtig. Dafür sollte das Scripting funktionieren. Und einen Punkt haben wir noch. Ach komm, dann machen wir es so. Ich habe da keinen. Ich, naja. Wir versuchen es. Komm. Einen haben wir noch. Ach so. Ja, ich muss die Zeit laufen lassen. So. Ja. Damit, äh, Garda Sports 83. Wenn wir mal in die Historie gucken, war das ja eigentlich ganz gut angekommen. Jetzt können wir noch gucken, ob hier Riding Games, A Light Trend, äh, können wir das auswählen? Hierbei. Ja, können wir. Aber wollen wir da wirklich einen Fokus auf ein Reitsportspiel setzen? Ich weiß ja, ich bin ja keine Frau. Äh, Violence Explicit und Sexual Dings nehmen wir da runter. Und los geht's. Und da ist auch schon Garda Sports 83 Entwicklung. Und schaut mal, wer hier erschienen ist. Der Kommandore G64. 1983. Übrigens entspricht das auch wirklich dann, ne? Mit dem Text gerade. 64 Basic Bytes. Woo! Leute, damit habe ich früher programmiert. Mit dem C64. Da flog die mir oben rum. Ja, da habe ich damit angefangen. Und jetzt hat unser Wettbewerber ein paar Tage vor uns ein Produkt released, was in das Genre reinhaut. Weil ich nicht rechtzeitig auf Pause gerückt habe. Die ganzen Konkurrenten haben hier schon die Spiele rausgehauen. Die sind schneller, weil wir nicht so viele Entwickler haben. Das ist unser Problem gerade, wie mir scheint. Alle hauen hier jetzt gerade hier die Sportspiele raus. Aber unser Spiel hat Pferde. Den Trend haben wir abgewartet. So, äh, haben wir irgendwas mit Pferden hier? Haben wir nicht. Dann nehmen wir was mit dem Flugzeug? Nee. Na, nehmen wir das. So. Und dann haben wir quasi nur eine große Chance. Wir müssen im Test gut rauskommen und wir müssen das Ganze ordentlich vermarkten. So, Level Up. Zweimal Level Up. Sehr gut. Hier in dem Bereich halt, ne? Und das Ganze bleibt so. Und wir machen dick Werbung für 10.000. Und jetzt bin ich gespannt auf die Review. Für Garda Sports 83. Ja, und ihr seht es schon, was ich eingangs mal sagte. Das ist ein Problem. Wenn da nur ein Pünktchen fehlt, gibt es Abzüge ohne Ende. Ja, also soviel zum Thema Game-Dev-Tycoon wollte ich gerade sagen. Gamers go Makers. Und, ähm, da kommt noch jede Menge mehr. Das wird noch jede Menge ausgebaut. Und, äh, ihr kommt neue Büros. Ihr könnt Mitarbeiter, und da hast du nicht gesehen, einsetzen. Und im Prinzip so ähnlich wie die ganzen anderen Spiele, die in diese Richtung funktionieren. Und, ja, wenn ihr Spaß an solchen Spielen habt, sicherlich nicht verkehrt. Und ein schönes Spiel, was in diese Kategorie, was ist, reinpasst, finde ich. Also, ist genau das Richtige für diese Kategorie, finde ich. Und jetzt gucken wir nochmal eben, wie sich das verkauft hier. Ihr seht schon, ne, das wird ein Rohrkrepierer. Und wir sind bald pleite. Also, selbst auf dem Stand leicht ist das gar nicht mal so leicht. Also, wer schon immer mal ein Spiel, wer immer schon mal damit selbstständig werden wollte, ein Spielestudio aufzumachen. Äh. So. Auf diese Dinge sollten wir übrigens auch mal ein bisschen mehr achten. Also, die Amis wollen mehr Gewalt. Die Deutschen sagen, es ist perfekt und so. Naja, also. Das ist der erste Eindruck. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel findet. Und, wie gesagt, in den nächsten Tagen zeige ich euch dann das, äh, Mobile-Spiel von KaiSoft auf, äh, oder KairoSoft. Eigentlich heißen sie, glaube ich. Auf Garno Mobile, meinem neuen Kanal. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.